Letztes Match hier am 29. Bundesliga-Spieltag. Es soll nochmal torreich werden, doch mal hart umkämpft. Die Software sagt 2 zu 2, das Endergebnis. Eure Tipps bitte ab in die Kommentarbox. Augsburg hat ja reagiert. Premiere mit Schmidt, dem neuen Trainer. Und dann wollen wir mal sehen, ob das klappt gegen Frankfurt, die natürlich ambitioniert sind und sich für die Champions League qualifizieren wollen. Es wird eine richtig, richtig schwere Auswärtsaufgabe. Schreibt mal eure Tipps in die Kommentarbox. Wie geht das FIFA-Match aus und wie endet das reale Match? So, der Ball rollt das letzte Mal jetzt hier an diesem Wochenende. Natürlich gibt es dann noch das Highlight-Video. Waren ja wieder einige Aluminium-Treffer. Schöne Standardsituationen. Und auch tolle Tore aus dem Spiel heraus dabei. Muck hat es gerade gesagt. Vor allem mit den Abstiegskandidaten war ich an diesem Wochenende gar nicht schlecht. Ich glaube, der versucht mit ganz viel Disziplin, taktischer Disziplin und Kampf, vielen guten Zweikämpfen, ist dem Gegner schwer zu machen. Das ist mir vor allem mit Hannover extrem gut geglückt. Mit Stuttgart ganz bittere Niederlage gegen Leverkusen. Hahn! Oh, Trap! Das erste Mal. Super gehalten. Das geht doch toll los hier für Augsburg. Und wieder Trap. Ja, komm. Das gibt doch die nächste Ecke oder was? Ja. Freistoß. Was? Ich kriege jetzt gelb. Freistoß. Nein, Elfmeter. Was? Wie bitte? Wofür das denn? Der erste L wäre... Ja! An diesem Spieltag. Das habe ich jetzt im besten Willen nicht verstanden. Wofür gab es diesen Elfmeter? Weiß nicht, aber auf jeden Fall haben wir jetzt alles bis auf ein... Abseits-Tor. Abseits und Eigentor. Ansonsten haben wir alles. Ja, aber sorry, das müsst ihr mir echt mal in die Kommentare schreiben. Was soll ich denn da gemacht haben? Ich habe nichts, aber wirklich nichts gesehen. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich hier hinten liege, sondern ich habe wirklich nichts gesehen. Ich habe mich voll und ganz auf den Abschluss konzentriert. Ich glaube, du hast meinen Schützen denn irgendwie umgeboxt. Puhuhuhu. Ich weiß es nicht. Was anderes kann ich mir da nicht erklären. Aluminium treffe auf jeden Fall jetzt für Mucke. Okay. Ja, das ist natürlich glattrot wieder hier. Ich habe bestimmt nichts gesehen, ey. Der Ansgar in der Sonne. Der ist sonnengebleicht. Schade, der hat eigentlich einen starken linken Fuß, aber dieser Abschluss missglückte nun wirklich. Ich weiß es nicht. Max. Oh Leute, reißt du denn jetzt mal am Rieben hier? Oh, schade, 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 guter Versuch Mucke. Der Kasten ist auf der anderen Seite. Ok, von Franco guckt gerade gar nichts. Oh scheiße. Zugestellt? Ja. Boah, Trap! Oh, Trap! Mann, 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 Mann. Der hält besser als Sommer und der hat eine 81. Mhm. Also, also, Trap. Ey! Schade, schade, gute Möglichkeiten für Augsburg. Mein Gott. Schade, schade, schade. Schade, 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 schade. Schade, 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 schade. Schade, 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 schade. Okay, okay. Kann man auch mal machen. Okay. Der ist ja richtig missglückt. Mann, 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 Mann. Machst du das nochmal? Nein. Bitte. Erstmal nicht. Richtig. Ja, der war im Weg, mein Gott. Ach, das gibt es nicht. Gleichstoß-Tor, ich darf auch mal. Ja. Wenn dieser scheiß Elfmeter nicht gewesen wäre. Äh. Der wog nicht extrem. Aber Augsburg hatte ansonsten auch sehr, sehr gute Möglichkeiten. Ja, ja, das ist... ...gleich ich kann nicht glauben. Schade. Hier reingegangen, ey. Nee, zack, zack, zack. Vor der eigenen Ecke. Eine Ecke. Aber... ...keine abgeblockt. Die Ecke. Die Ecke. Die Ecke. Die Ecke. Jetzt 5.5 Halbzeit. Ja, 1-1 steht es hier. So, die zweiten 45 Minuten laufen. Die eigentliche Tom-Philipp-Zenker-Halbzeit. Ja. Los geht's hier. Oh, hier ist viel zu viel Platz, ey. Boah, Alter, wie lange hat das denn gedauert? Das war letzte Rille. Ja. Ich will wechseln, naja, dann nicht. Oh, Gott, was war das denn? Oh. Sehr wichtig, sehr wichtig. Oh, ey, das kippt doch nicht. Nein. Oh, was? Lässt er den Ball da liegen? Ah. Oh, ey, du hast... Du rechnest doch mit Ballabprallern, oder? Hey. Nein. Oh, Gott, Fernandes, bist du langsam. Warum bleibst du denn stehen da? Mist, ey. Ja, ich kann Tore schießen. Führung für Frankfurt. So, wir werden ein bisschen was ändern. Ja, Trapp, das ist doch kein Problem für dich. Oh, gut. Emanzipiert. Oh, jetzt kontern. Ja, oder auch nicht. Oh, auf der Linie. Das war wichtig. Meine... Ja, genau. Meine Fresse. Sehr ungenau bisher im zweiten Durchgang die Zuspiele hier bei uns. Dauert immer zu lang. Von der Ballannahme bis zum Abschluss. Ja, da war es. Ja, da war es. Ja, da war es. 10 Minuten noch. Ich komme wieder zu meinem Standard und langsam zwei Siege pro Spieltag. Ja, sie hat davor aber auch viel Pech. Ich würde mal sagen, er arbeitet, er stolpert den Ball rein. Ja, geil. Sehr schön. Nee. Weil in der zweiten Halbzeit spiele ich klar besser. Ja, aber nach der Umstellung jetzt haben wir wieder mehr Zugriff gehabt. Nur diesmal wieder ein blöder Fehlpass. Dauert so lang, Junge. Wie letzte Woche, letztes Spiel, unentschieden 2-2. Ja, nur damals führte ich und du hast ihn ausgeglichen. Ja, das war Gladbach. Alter, ich habe so ein Pech. Wieder geil gemacht von Augsburg. Komm weiter. Ha! Ja, renn doch, Junge! Oh, dafür spielt der Ball, das gibt's nicht! Doch nicht da hin! Boah! Oh! 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 Oh, das muss er freischussfrei für mich. Oh, meine Güte! Pfostentreffer von mir noch zum Schluss. Die Riesenchance, das Match hier noch zu gewinnen. Riesenkraftakt von Augsburg. Allein schon am ersten Durchgang hatten wir ja elf Schüsse. Es hat nicht sollen sein, aber wenn man unten steht, kommt halt auch immer ein bisschen Pech dazu.